Meghan Markle wird genau unter die Lupe genommen, da ihr Eintauchen in das Negative zu einem Diskussionsthema wird. Experten weisen darauf hin, dass sich ihr derzeitiger Stand der Dinge deutlich von dem warmen Empfang unterscheidet, den sie an ihrem Hochzeitstag erhalten hat. Der Autor Michael Kohl teilte die Behauptungen gegen die Herzogin von Sussex in einem umfangreichen Artikel für Express UK mit, in dem er ausführlich über ihr aktuelles Beliebtheitsniveau berichtete. Der Artikel beginnt mit der Aussage, die Herzogin von Sussex hält es für äußerst wichtig, ihr Image in Großbritannien zu verbessern, da sie es für einen wichtigen Markt für eine gemeinnützige Stiftung hält, die sie zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry gegründet hat. Die Autorin betont den scharfen Kontrast zwischen der positiven Aufnahme, die Markle ursprünglich erhalten hat, und ihrer aktuellen Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit. Darüber hinaus fügt Kohl hinzu, dies ist eine echte Leistung. Wenn man bedenkt, wie sie an ihrem Hochzeitstag 2018 begrüßt und bewundert wurde. Abschließend erklärt er, leider sind die Sussex von diesem Moment an einen absteigenden Weg gegangen, sowohl in der öffentlichen Meinung hier als auch in Amerika. Die Beobachtungen, die Kohl gemacht hat, beleuchten Meghan Markles sich veränderndes Image und eine Veränderung der öffentlichen Einstellung zu ihr. Der Kontrast zwischen ihrer ursprünglichen Aufnahme und der gegenwärtigen negativen Wahrnehmung ist sowohl für Experten als auch für Beobachter ein Thema der Besorgnis und Analyse.